Das ist die Alice, ich bin der Max und wir sind heute da im Volkskundemuseum und wir bereiten gerade den Workshop vor, den wir zwei dann halten werden. Das Ganze wird am 6. Mai stattfinden und von 12 bis um 5 Uhr dauern. Worum wird es gehen? Es geht um das Thema Handyfilm und zum Thema haben wir uns genommen das Thema Pause und beim Thema Pause wollen wir ganz kreativ sein und ganz kreative Videos dann auch machen. Wir wollen sie selber schneiden und am 7. Mai wollen wir sie dann auch herzeiten und präsentieren. Okay, wir suchen Personen. Wir suchen Hörende, Gehörlose und schwerhörige Personen. Es ist ganz egal. Meldet euch einfach an. Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr zwischen 15 und 30 Jahre alt seid. Der Workshop wird natürlich in österreichische Gebärdensprache getolmetscht und es gibt auch vier Kommunikationsassistentinnen, die dabei sein werden. Das Ganze wird hier im Volkskundemuseum stattfinden. Die Adresse ist die Laudungasse Nummer 15 bis 19 hier im 8. Bezirk. Wenn du Interesse hast, dann kannst du dich anmelden. Schick einfach ein E-Mail oder ein Gebärdensprachvideo an folgende Adresse an die kulturvermittlung-at-volkskundemuseum.at Ich würde uns wirklich freuen, wenn ihr dabei seid. Meldet euch an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.